Moin, ähm... Oh nein, er rennt mir mit dem Schwert hinterher. Oh nein, oh nein! Ja, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran! Einen flauschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft TTT auf dem minesucht.net-Server. Wir haben drei neue Maps in TTT und darunter gibt es auch eine Neuheit zur Wartelobby und auch zur Map-Auswahl. Und ich werde euch natürlich hier die drei Ender-Chests auf den drei Maps zeigen. Auf einer Map, da gibt es zwei, äh, Truhen, aber da weiß ich jedoch nicht, wo die... Hä? Och Junge, ich hab... Da genau so... Äh... Achso, das ist eine Redstone-Chest. Ja, super, danke, Bilder. Ganz wunderbar. Und das ist wahrscheinlich hier der Traitor-Knopf. Ne, der war da drüben. Ähm... Ja, stimmt, ich wollte ihr Ender-Chest zeigen. Ah, ja, gut. Da hinten ist sie. Äh, unter den... Ja, gut, den hat sich jetzt die Flower-Power geschnappt. Ey! Wer haut mich hier? Das ist doch der Typ, der mich von Geranim killt hat. Schmutz. Wir sind nur zu zweit bei der Masse an Leuten. Was denn das? Pukki ist... Okay, gut zu wissen. Äh, ja. Hat Flower überhaupt jemand... Okay, ich glaub, Dani hat's gesehen. Tja, Pech gehabt. Ah, nein! Ach, da! Der Detective steht direkt daneben und ich seh's nicht. Das hier ist zum Beispiel die neue Wartelobby für TTT. Hier gibt's, äh, leider keinen Jump'n'Run mehr. Aber, ja, also ich muss sagen, sie ist jetzt nicht die geilste Wartelobby. Wie die alte fand ich schon besser, muss ich ehrlich gesagt sagen. Da gab's Jump'n'Run. Da gab's noch kleine Secrets. Die gibt's hier nicht. Und hier ist schon mal die erste Eisentruhe. Äh, Eisentruhe. Ja, bei mir ist es immer die Eisentruhe. Die Enderchest. Aber es gibt auf der Map, da bin ich mir ziemlich sicher, noch eine zweite, weil ich hier schon mal zwei Leute jeweils mit einem Eisenschwert rumrennen sehen habe. Ich weiß aber nicht, wo die andere ist. Die hab ich bis jetzt noch nicht auffinden können. Ja, okay, danke, dass du mich nicht tötest. Ähm. Äh, ich... Hä? Warum? Was? Also... Sus. Sehr sus. Ich bin wirklich sehr sus. Sus. Ich bin... Da runtergesprungen. Das wär sus. Wo ist dein... Mein Deo? Ach, nur er ist sus. Da, der kloppt schon wieder hier auf die Leute ein. Äh, da nie der Dax ist, glaub ich, oder? Ja, da nie der Dax, der ist jetzt... Ne. Da nehmt doch nicht. Hm. Dann geh ich mal auf die Reise, um zu schauen, ob sie noch... Zweite Eisenschwert. Ob es hier noch irgendwo ist. Aber ich hab wenig Hoffnung. Flowersass. Ja, die ist eh immer sus. Das ist nichts Neues. Tuk Tuk Lokomotive hat den Tester betreten. Grün. Okay. Moin. Ähm. Oh nein, er rennt mir mit dem Schwert hinterher. Oh nein, oh nein. Ja, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Ja. Wow. Was war das denn? Map Nummer 4. Corel. Ist auch neu. Und es sind nicht nur, äh, Einsendungen vom, ja, Einsendungen vom Team. Und das Team sendet wahrscheinlich auch ein. Aber es sind auch von eigenen Usern erstellte Maps. Zum Beispiel war, äh, Heikali von, äh, oder Pisku, Piskantor von Nutzern eingesendet wurden. Ja, auf der Map war jetzt, äh, nicht mehr zu zeigen. Aber ich bin ehrlich, auf dieser Map habe ich das auch noch nicht gefunden. Die... Hey, Tobi, hast du Neues schon? Hörst du mich? Chest. Aber, was nicht, es kann ja noch werden. Ich gehe mal davon aus, dass es in irgendeine Freifläche... Ah, ne, ich habe es sogar schon gefunden. Hier unten müsste das sein vom Testerhaus. Hier müsste, glaube ich, steht immer die, äh, Chest, wo man das Eisenschwert sich holen kann. Und hier ist der Knopf zum Drücken. Genau das war's. Ja, habe ich hier doch schon mal, äh, worscht. Hier, was machen wir denn jetzt? Äh, hallo, weil... Na, hör mal, ey, was sind das hier? Lachen sie gerade mein Skin aus? Der Edelrind hat gerade jemanden gekillt. Ja. Edelrind. Ja, da sagt er nix mehr. Besser ist, ne? Abgehobenes Team. Danny der Dax, mach mal Clan Invite Danny der Dax ein, Tobi. Nein. Beste schlagfertige Antwort, die man haben kann. Und warum Tobi doof ist, dass... Mhahaha, gefrontet. Tobi, das macht dich schon ziemlich sass, dass du keinen von uns in den Kleinen land willst. Ja, der schreibt da, äh, der blästert da über die User. Kannst du es denn begründigen? Ähm, was, äh, was lass ich mir denn für einen coolen Grund einfallen? Ähm. Ich brauche irgendeinen coolen Grund. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was es für einen coolen Grund gäbe, da in den Clan zu kommen. Ich mag deinen Skin, haha. Ja, und das ist lustig. Ja, äh, da hinten ist die... Tor zu dem Thema. Mehr machen, weniger schreiben. Nächstes Mal. Oh, S23CP, das ist sicher ein Nicknehmen. Sag mal, Tobi, wann gibt's denn eigentlich ein Level-Up in eurem Clan? Tja, ist halt nur was für coole. Ja, na, 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 na. Yes, don't have the fucking Eagles. No, 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 no. Gibt's da auch ein Picknick unterwegs? Und was gibt's zum Picknick? Köftespieß. Was gibt's? Köftespieß. Ich will ein Döner. Köftespieß. Ja, okay, für nen Döner komm ich mit. Tobi, wo ist der Test? Soll das Kind da hinten auch mitkommen? Oh. Passiert. Mir ist da was. Mir ist meine Hand ausgerutscht. Hoppala. Na, das passiert schon mal. Ja, da kann ich leider nichts machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ansonsten wollen wir uns bei einem neuen Video schreibt mir gerne eure Meinung zu den Maps in den Kommentaren. Haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.